Motorhalter mit seitlicher Einstellung für den Schlitten für Traxxas XRT. Motorhalter für Traxxas XRT. Motorhalter für Traxxas XRT mit Schlitten und seitlicher Einstellung. Somit kann man auch in eingebautem Zustand das Ritzelspiel einstellen bzw. ändern. Lüfterplatte aus Echtcarbon passend genau für den XRT und auch für den XMAX. Allerdings im XMAX ist nicht genügend Platz an den Seiten, weil der Motorhalter zu breit ist. Ihr müsst also eure mittlere Chassis Brace und die Batterieaufnahmen oder die Batteriehalterung ausbauen, um diesen Motorhalter fahren zu können. Im XRT passt er 1 zu 1. Aluminium 7075, passend für Motoren bis zu 560 kV, 70 mm Durchmesser. Der Motorhalter für Traxxas XRT